Die Dämonen Philipp. Ich dachte an Coco, wie sie in Wien ihren Vater umgebracht hatte und danach zu Olivaro ins Auto gestiegen war. An ihren gewölbten Bauch. Sie hatte Philipp entführt, um mich in die Falle zu locken. Was auch immer ihr Plan war, ich würde es schnell zu Ende bringen. Allerdings musste ich zuvor alles versuchen, um Philipp zu retten.